Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu Among Us, zusammen mit Trifog, Tridan, Dave Knight, Stani, Skou, Yattos, Stace, Ali und Piszta. Freunde, das ist das erste Among Us Video auf dem Kanal und ihr wisst, ich werde keine random Among Us Videos uploaden. Wenn ich ein Among Us Video uploaden sollte auf dem Kanal, dann könnt ihr mir vertrauen, dass es ein heftiges Video geworden ist. Und glaubt mir, das, was in der Runde passiert ist, das ist einfach zu wild und zu lustig. Ihr müsst euch das von Anfang an bis zum Schluss gucken, um diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Vertraut mir, es wird nice und ich würde mich freuen für das erste Among Us Video. Wenn ich weiß, dass es übertrieben krass ankommt, dann werde ich natürlich weiterhin rausballern. 7777 Likes würde ich richtig geil finden auf ihrem Bruder-Base. Aktiviert die Glocke, um mir hier nichts mehr zu verpassen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser heftigen Among Us Folge, wo wir einfach Stani richtig manipuliert haben. Let's go! Aha! Ali, ich hoffe, du bist gut, Bro. Ich hoffe, du bist gut zum ersten Mal mit Ali, Freunde. Zum ersten Mal mit Ali. Das könnte interessant werden. Das wird auch interessant. Ich werde jetzt die Hops nehmen, Freunde. Ich muss die einfach alle Hops nehmen. So, wir gehen erstmal kurz runter, holen uns ein bisschen Alibi, ja? Wir holen uns ein bisschen Alibi. Ali, bitte sag mir ganz kurz die Tasi, die gerade gemacht hast. Ali ist teuer. Nein, warte mal, Jungs, bitte, lass dich bitte kurz, lass dich zwischen mir und Ali reden. Ali, was hast du gerade gemacht? Ficke Aufgabe. Nein, sag dich. Ich weiß nicht, ob das Upload, Download ist halt das. Ja, wo denn? Was hast du gemacht? Wo war meine Rute? Wie meine Rute? Ja, wo bist du hingegangen? Achso, ich bin vom Cafeteria. Nein, der arme, Junge. Nach unten zu diesen Dings. Ich bin da Security, keine Ahnung. Da bin ich hingegangen und hab dann... Du musst zuerst Downloaden und dann musst du Uploaden. Du kannst dich direkt Uploaden. Ja, ich sag, ich weiß nicht, was es davon ist, Junge. Für mich ist Upload, Download, Download, Upload. Was soll ich wissen, was das ist, Mann? Was soll ich denn nur Uploaden? Ich hör's dir. Nein, nein, nein. Ich hab Ali oben Downloaden sehen. Ich hab Ali oben Downloaden sehen und dann ist er runter in Edmund gegangen. Er hat... Ich war doch am Anfang der Cafeteria. Ich stand da. Er war nicht... Ich war... Okay, das ist gut. Dann nicht schützt gerade Ali. Jungs, tut mir eingefallen, nicht durcheinander reden. Stopp, 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 stopp. Ali, jetzt rede du erst. Was? Jeder Einzelne. Lass erst mal Ali reden. Ali ist der Beschuldigte. Ali, du redest jetzt. Ich hab halt gesagt, ich hab oben diese... Keine Ahnung, Download gemacht und da unten Upload oder wie auch. Friedan, lass ihn mal kurz aussprechen. Ich hab gesagt, ich war in Cafeteria und da unten hab ich gesehen und dann bin ich da... Hat er nicht gesagt. Hab ich gesagt, Digga, was laperst du? Ali hat nicht gesagt, dass er hochgegangen ist, erstens und zweitens. Ich war auch Cafeteria, Ali ist dort nicht hingegangen, weil ich dort am Anfang gegangen bin. Ach du Scheiße, Digga, warum kam man? Das ist vielleicht gut, das ist jetzt alles durcheinander, Leute. Schade dich, Junge. Ich hab keinen Ronnen, sag ich nicht, Digga, votet um mich, Mann. Das war's wirklich, du... Scheiße, Digga. Ali auf jeden Fall werfen. Ruhig, skippt ruhig. Ich bleib bei Ali, mit Ruppen ist Ali. Ja, okay. Ja, Digga, werden wir sehen. Aus meinem Leben ist los, Fliege. Ende der Runde werden wir sehen. Ali, werfen wir sehen. 300, die standen, die wird so schlecht. Ey, das ist, das ist gerade richtig gut. Die machen sich gegenseitig fertig. Die standen, die schießen gerade gegen Trina. Das ist übelst gut. Okay, Freunde. Jetzt, das muss jetzt schnell gehen. Wir müssen jetzt wirklich unsere ersten gefährlichen Aufgaben machen. Bam. Jetzt, einer muss jetzt schnell zu mir kommen. Es ist so wichtig, dass jemand zu mir kommt. Ah, da müssen wir leider rechts hier machen. Nice, nice. Irgendeiner muss mich hier sehen. Irgendeiner muss mich hier sehen. Es ist wichtig, dass mich jetzt jemand sieht. Bam. Bam. Vier, acht, sieben. Wer hat mich gesehen? Trifox und Ali. Ali ist auch bei mir. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Erstmal ein bisschen Zeit gewinnen. So, Freunde. Gleich wird nochmal hier der Reaktor. Oh mein Gott, Stani. Friedan, welche Aufgaben hast du gerade gemacht? Ich habe nur Ali verfolgt und Ali ist 100%. Weißt du warum? Leute, lasst ihr rausreden. Ach du Scheiße, kleb auf meinen Arsch. Er hat zuerst geuploadet nach seiner Aussage bei Admin und ist dann nach Navigation gegangen und hat gedownloadet. Ich habe diese Flugzeug-Muckzeug gemacht. Was machst du? Flugzeug-Muckzeug. Ey, Leute, ich sage es ehrlich. Friedan ist die ganze Zeit nur am Nächsten. Ganz kurz. Ich habe eine Frage an Ali. Ali, wie oft hast du... Stopp, 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 stopp. Der Ring geht Schimmer. Kurz bevor ihr votet. Ali, wie oft hast du das bis jetzt gezockt? Ja, war was? Wie oft hast du dieses Spiel bis jetzt gezockt? Manchmal halt nur mit Stace und habe es selten. Keine Ahnung, ich war dreimal dabei. Okay. Ja, meint nicht ja. Es kann halt echt sein, dass du das nicht weißt. Ey, Friedan hat die ganze Zeit nur links-rechnen. Das Ding ist, die letzte Runde, wo Trinan ein Poster war, ist auch keiner gestorben. Mach da aber mal eine Aufgabe. Worte einfach, Trinan, worte einfach. Ich folge Trifax. Trinan ist einer der schlechtesten Imposter, die ich kenne. Ey, Steini, komm, wenn ich Imposter bin, was passiert dann? Sag es, sag es. Ja, das ist ein Poster, hä? Das ist gut, das ist gut, das ist richtig gut. Die schießen gerade alle den Trinan. Wenn ich glaube, Trifax, dann bin ich tot. So, wir tun so, als ob wir diese Aufgabe machen. Und dann, bam. So, jetzt haben wir Stace Ali auf unserer Seite. Stace hat uns gesehen. Stace müsste eigentlich auf unserer Seite jetzt sein. Oder wir machen das einfach so rum. Okay, ja, du warst zu 100% nicht. Ja, Trifax auch nicht. Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Lower edge. Es ist Ali, darf ich kurz begründen, warum? Von wo kam er, von wo kam er. Ali, wo warst du? Ali, ne? Stand zum 2. Wo war denn die Leiche? Lower edge, meint die Mima, oder? Alter, Ali, wo warst du gerade? Ich war oben, nichts, und dann ging Reaktor an, bin ich zum Reaktor gegangen, habst du entschärft, dann wolltest du entschärfen, meine ich. Nicht entschärfen, aber wolltest du entschärfen. Du bist aber von unten gekommen, ne? Du hast ja von oben. Nein, ich bin von unten nach oben gegangen mit Dave Knight, und dann ist Dave nach Cafeteria gelaufen, dann ging Reaktor an, bin ich dann nach Reaktor gegangen. Du bist erstens, okay, Ali, du hast zum 2. Bis beim Bezinkanister gestanden, du bist mir von Bezinkanister, du bist, hallo, du bist von Bezinkanister, er ist ja mit dir her gelaufen, bis oben nach Mad Bay, und er startet, ich mach den Kill, Leute, und die gehen auf Ali, bester Impostor, oder? Ich war nicht von Mad Bay, ich war oben links, ich war oben links, ich war oben links. Ach du scheiße, wo war ich Mad Bay, Digga, was für Geschichten erzählst du? Kann ihn, kann ihn, kann ihn einfach folgen, wir wollen ihn einfach folgen. Ey, er sagt Mad Bay, Digga, ich war oben links. Ey Jungs, das machst du echt keinen Bock, ihr redet alle durcheinander, das macht keinen Sinn, so wie wir spielen. Nee, das macht auch keinen Sinn, das macht keinen Sinn, wenn ihr das spielt. Stanni, ich bin gerade an dir vorbeigedacht, und ich war oben links. Wie soll ich in Lower Engine kommen, erzähl mir mal. Es gibt zufällig noch 2 Impostor, und du bist einer davon. Ey, so peinlich, man, Dave nicht, weil er durchkommen ist, scheiße, wir haben Bali rausgekippt, scheiße, wir sind jetzt alleine, mal gucken, ob wir das alleine überhaupt schaffen können. Das ist gar nicht gut, das muss jetzt schnell gehen. Das muss jetzt wirklich schnell gehen. Das muss jetzt schnell gehen, das muss wirklich schnell gehen. Also, wenn wir diese Runde jetzt noch gewinnen sollten, dann haben wir alle hops genommen. Aber geht gar nicht mehr, alleine gegen 9 Leute noch, das schaffen wir gar nicht. Ja, okay, wichtig, er ist dort. Dann machen wir das zu. Das wird zugemacht. Pista ist gerade bei uns. Dann machen wir das auch zu. Er soll nicht zu mir kommen, Dicker, er soll nicht zu mir kommen. Pista brauchen wir eigentlich noch. Wir brauchen schnell ein Alibi, wir müssen schnell zu irgendjemandem hin. Irgendjemand links, nach links, am besten nach links. Ich hoffe, keiner ist rechts, weil jetzt können wir nochmal einen fetten Alibi holen. Wenn wir alle nach links gehen, das wäre so wichtig. Komm schon, komm schon, komm schon, wichtig, wichtig. Alles zumachen. Okay, wir holen uns Stanni als Alibi jetzt. Das ist stark, das ist echt stark. Das ist echt stark, Leute, das ist echt stark. Das ist echt stark, was wir jetzt machen. Das ist echt stark. Bam. Bam. Jetzt nochmal links Reaktor anmachen. Wichtig. Jetzt haben wir Stanni auf unserer Seite einfach. So heftig, ne? Jetzt haben wir Stanni auf unserer Seite. Ganz, ganz stark. Lol, danke, dass wir jetzt wegen dir zwei Leichen nicht gefunden haben. Danke. Eine. Und zwei. Eine, Stace und Alibi waren... Ja, aber Skurverdächtig auf jeden Fall, weil... Na, hä, Pista ist tot, oder nicht? Reportet, reportet, dass die Leichen nicht gefunden wird. GG. Ich reporte, damit die wieder die, äh, Cooldown haben. Aber Stanni, als Reaktor angegangen ist, warum bist du in Mad Bay reingegangen? Hä? Ja, du bist in Mad Bay reingegangen, als Reaktor angegangen. Stanni ist jetzt 100% auf unserer Seite, das ist richtig, das ist richtig wichtig. Wir müssen jetzt schnell die Kills machen. Er wollte wenden, damit er schneller beim Reaktor ist. Ja, genau. Ja, genau. Rennen haben auch nicht immer zu 100% Hinten, also das ist keine Aussage, sorry. Ja, ich wollte nur wissen, dass die Cooldown haben. Ja, aber Skurverdächtig. Sass, wie die Leute sagen würden. Sass. Mute. Okay, schade. Daniel hat gar nicht erwähnt, dass wir irgendwie bei ihm waren, das ist nicht gut. Hätte ich das erwähnt, wäre das vielleicht ein bisschen zu auffällig, wisst ihr? Deshalb habe ich das nicht erwähnt. Stark. Ganz stark. Nochmal zum Reaktor. Die ganze Zeit, wir dürfen die einfach nicht arbeiten lassen. Wir dürfen die die ganze Zeit nicht arbeiten lassen. Keiner von denen darf die Aufgaben machen. Das ist unsere Taktik. Jetzt gehen wir nochmal schön hier runter. Dave Knight sieht mich. Nice, Stani hat uns auch gesehen. Jetzt machen wir alles zu, Freunde. Bam. Bam. Wir holen jetzt wieder, schade, dass Stani bei uns ist. Es ist ein bisschen nervig, dass Stani wieder bei uns ist. Check ich einfach nicht. Schade, dass niemand anderes runtergekommen wäre. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Wichtig. Ja. Es ist jemand, bitte, es ist jemand. Scheiße, die sind alle beieinander, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, dass alle beieinander sind. Komm schon, einer muss hier drin sein. Nein! Trifox. Richtig. Ja, ähm, okay. Dann und ich waren in Electrical, haben die Leiche gefunden von Streetfall. Was hast du, Stani? Bro, ich muss leider sagen, ich hab gesehen, wie du ihn gekillt hast. Was? Was? Ich sag, ich mach's gegen dich. Wir sind von Cafeteria ganz runtergerannt zu Electrical. Du standest sogar auf der Leiche, hast dich mal reportet. Sag mal, warum hast du nicht reportet? Okay, kann ich jetzt kurz... Ihr müsst wirklich lecker, ich... Ihr müsst unbedingt kaum schütteln. Okay, kann ich kurz meine Sicht sagen, was passiert ist? Oder wird der... Okay, jetzt anscheinend... Warte, warte, jeder einst immer. Also, ich hab Tridan eh schon ein bisschen verdächtigt. Ja, ich bin Electrical reinkommen und sehe Tridan grad noch, wie er ihn abmetzt und leider reportet direkt. Ey, Jungs! Bist du sicher, Digga? Ja, ich vertraue Stani nicht, weil Stani versucht immer wieder rauszuwollten. Das witzige ist, Jungs. Aber ich wollte auch nicht Tridan. Stani und ich? Nein, das ist so. Stani, ey, Jungs, hör mir zu. Wir beide sind safe Crewmates, weil keiner von uns beiden ihn getötet haben könnte. Aber Stani will witzig sein und das auf mich schieben, damit ich raus bin. Ist es einfach so. Stani ist es auch nicht. Stani hat ihn nicht getötet, ich hab ihn nicht getötet. Ich sag, es sind Tridan, wie ich schon anfangen habe. Also, wie... Was willst du damit erreichen, Stani? Bro, ich bin nicht witzig sein, ich werde nur die Runde gewinnen für mich. Nein, Jato, ich bin's wirklich nicht. Doch, du bist es. Wieso bin ich's? Warte, warte, Jato beschuldigt Sko. Hat jemand für Sko ein Alibi? Ich kann leider Sko kein Alibi. Der Einzige, also der Einzige, der wirklich für mich 100% safe ist, ist Stani. Aber auch nur er. Aha, aha. Da seht ihr es. Also, ich hab eigentlich was gewinnen. Lass, wenn wir gewinnen wollen, erst Tridan, dann Sko dann. Was? Boom, 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 let's go. Weiter geht's. Genau so weitermachen. Dann geht auf Sko, ist mir egal. Da geht auf, ich war einer von den beiden. Auf mich, wieso auf mich? Aufsacht einer von den beiden raus. Stani, kannst du aber... Ich war gerade bei Reaktor. Stani, kannst du... Du kannst dir zu 1000% vertrauen. Ja, ich weiß, dass du nicht der Mörder bist. Zu 100%. Aber bist du sicher, dass Tridan ihn gekillt hat? Nein! Ey, ich schiebe, wenn du nicht votest. Wir müssen jetzt einen voten, oder nicht? Tridan! Ich hab geskippt. Stani ist für mich der Einzige, der safe ist. Ich war doch eh safe, Imposter. Es lebt nur noch ein Imposter, Jungs. Wenn hast du gewotetet? Oh mein Gott, es lebt doch nur noch ein Imposter. Wir machen das so gut, Leute. Wir machen das so gut, wir machen das so gut. Komm schon, das wird jetzt der Sieg. Das wird der Sieg, Leute. Wenn wir den Sieg holen. Stani ist auf unserer Seite. Das ist schon mal richtig gut. Nochmal Reaktor anmachen. Ganz wichtig, wieder arbeiten lassen. Schön wieder arbeiten lassen. Und unser Cooldown runter machen. Ganz easy peasy, Freunde. Ja, nice. Ganz, ganz nice. Bam. Jetzt gehen wir nach oben. Mach hier alles nochmal zu. Ich war gemütet. Nein, Cooldown kann es nicht gewesen sein. Doch, erstes. Wo wurde die Leiche gefunden? Ich bin gerade am Button, Digga. Ich habe den Button gerade gedrückt. Jato, warum schießt du jetzt direkt gegen mich? Was habe ich getan? Weil Sko und Stani sind halt als Reaktor vorbeigegangen ist, sind die beide nach unten gelaufen. Und du bist mit Dave nach oben gelaufen. Also nach meinen Schlussfolgerungen zu urteilen, muss es Sko gewesen sein. Warte. Warum? Stopp, 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 Stani. Stopp, Stani. Warte, warum Sko? Warum Sko? Nein, ich glaube, Theo ist das. Es ist Theo, ja. Ey, was labert ihr, Jungs? Nein, 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 es ist Sko. Du bist in den Gegner. Nein, ich bin gerade mit Elektriker gelaufen und dann ist Sko hoch Richtung Reaktor gelaufen. Ey, Stani, du bist so schlecht, wir sind die ganze Zeit zusammengelaufen. Hä? Ey, Jato, ich finde das gerade richtig kacke von dir, Digga. Auf jeden Fall, wir gehen. Den Sko vertraue ich zu 1000%. Nein. Also für mich, wie gesagt, also ich bin gerade echt sprachlos. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sollen wir noch einmal skippen einfach? Auf jeden Fall wissen wir, dass ein Impostor nicht lebt. Stani, skipp mal. Das ist Theo, ja. Ey, Stani. Ja, du skippen, lass skippen. Was hast du gemacht, Jato? Lass skippen. Lass skippen. Stani, bist du dir sicher, was hast du gemacht? Skipp. Geh auf Sko. Einfach skippen. Geh auf Sko, wirklich jetzt. Geh auf Sko. Ey, Stani, ich weiß... Bist du sicher, Digga? Bist du sicher? Wirkt easy win. 100%? Ich weiß nicht, Digga. Ich könnte jetzt skippen oder auf Sko gehen. Ja, bringt eh nichts. Ich habe nicht schon Skippen geskippt. Jato. Ganz kurz für die nächste Hunde dann. Skipp nicht, skipp nicht. Das ist eklig, ey. Ich weiß nicht. Stani, ich vertraue dir. Wie, du hast mich verarscht, Digga. Wie, du hast mich verarscht. Skippen, skippen. Wie, du hast mich verarscht. Wie, du hast mich verarscht, Stani. Und die win, Digga. Baba-mäßig, GG. Oh mein Gott, Stani ist der beste Dritter Imposter. Überhaupt, Digga. Ich küsse dein Auge, Digga. Ich habe gewonnen gleich. Ich muss nur noch einen killen. Ich muss nur noch einen killen. Ich muss nur noch einen killen. Komm schon. Ich muss nur noch einen killen. Ich muss nur noch einen killen. Das ist so wichtig, ne? Das ist so wichtig. Die Türen sind zu. Zwölf Sekunden. Zwölf Sekunden. Oh mein Gott. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Sekunden. Boom. Let's go. Oh mein Gott. Ich habe alleine ohne Adi alle Hops genommen. Oh mein Gott, Freunde. Die heftigste Sposter von aller Ziegen. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe so scheiße von Dave, Digga. Ich habe alleine alles noch gemacht. Ich war nicht mal in Maddie. Ich war nicht mal in Maddie. Ich war nicht mal in Maddie. Ich war zweimal am Main Seen, Digga. Bro, ich war nicht mal in Maddie. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich habe doch gedacht, dass Dio und Dave hier zusammen gelaufen sind. Oh mein Gott. Stani hat sogar mit Friesern erst wacht. Geh, rennlos, schmeckst du dann nicht. Stani, du bist so ein... Oh mein Gott. Und Stani hat mich noch gesaved. Oh mein Gott. Das ist ein Haft, Digga. Das muss ich erst auch verdauen. Bruder, du bist der Beste, Digga. Du hast mich die ganze Zeit gerettet. Ich war alleine, Jungs. Nein, du warst nicht alleine. Nein, du hast das Stani, Junge. Okay, das stimmt. Aber Ali, Digga. Ich habe uns den Sieg noch geholt. Auf Ihren Bruder, Bart. Hey, Digga. Der hat so ein Scheiß-Ellen gelabert, Digga. Das hat nichts gestimmt. Nichts. So war es Fahrzeug. Freunde, was für eine geile Runde. Checkt auf jeden Fall die Jungs hart. Haut rein. Peace.